Kleiner bis in die Waden wirkt manchmal Wunder. Ja, du sagst es! Ben! Nein, 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 nein! Jo! Trotz allem, willkommen zurück bei SS-in-Squid-Senticate. Wir machen das weiter und versuchen mal da Kinder befreien. Oh, eine Doch, eine Oder! In will, das No Ja... Kannst du nicht um eine Ecke laufen? Oh, bollerei! Jetzt auch noch rum! Ah, du musst dich nicht verbinden! Scheiss, die Wandhand... Mit der Entscheidung! Ach, das war vorne! Aber eine Ecke ist vorbei! Wo ist die Säbe? Oh, Scheiße. Scheiße, normal. Jetzt bin ich voll im Beton drin. Was ist los, mach nicht fliegen! Ah, da ist der Tinta. Ja, auch die Säge ist der Mist. Die Säge ist der Mist. Das ist der Mist. Danke. Die Säge ist der Mist. Yes! Die Säge ist der Mist. Iang geht습니다. Hey! Onze Wann ist die Süß. Dann, steht auf der Wind. Hallo, ich bin da! Kein Problem! Kein Problem! Äh, da ist nichts mehr, dann kann ich mit dir wahrscheinlich noch blind sagen. Jawoll! Hallo, Sir! Danke schön! Oh! Later, das ist gut für's Abgeleid. Das ist gut für's Abgeleid. Das ist gut für's Abgeleid. Warte jetzt mal um, jetzt kann ich mal um. BOOM! Das könnte wehtun! Das könnte ich mal ummüten. Das ist gut für's Abgeleid. 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 Jetzt kann ich den Pullen immer noch ummüten. Das ist gut für's Abgeleid. Wo sind die anderen? Seid ihr draussen? Oho Oh der kommt mir direkt da irgendwie Oh hat das Wege getan Tut mir aber leid So Wer damit Wer damit Und Hello Kids Feiergaben mit Arbeit Geh zum Spielplatz Ich mag eigentlich keine grossen Aber du bist ziemlich nett Was heisst ziemlich du Ich bin mega nett Das lohnt sich doch Ich bin mega nett 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 Ja das Gras wächst in der Luft Das ist neu Das ist neu Hier ist auch noch eine Kiste. Ich brauche unbedingt Kohle. Komm, mach Platz. Hey! Und wo ist die Kiste? Fuck! Wo ist die Kiste? Ach Scheisse, die ist da oben. Dann kommen wir da oben rein. Hey, ja, mach mal... Mach doch Platz, Typ. Jetzt gehen wir schnell zurück. Und zwar... Wo ist unser Zug? Da oben? Weil ich muss Kassen plündern. Ich muss Kassen plündern, damit ich ein bisschen öffnen kann. Ich muss dir was sagen. 2200! Sehr schön! Den Verfolger verfolgen! Das ist ja nicht schlecht. Der Verfolgte wird vom Verfolger verfolgt. Nein, da oben haben wir alles geräumt. Ausser eben da, es fehlt uns noch ein Glitch und eine Flasche. Aber die sehen niemand, wie gesagt, niemand. Kommt vielleicht irgendwann einmal. Jetzt gehen wir wieder runter und weiter machen. Und zwar... Jetzt mal dort noch eine Kiste. Oder das könnten wir dort an und schneller reisen. Jo! Es läuft optimal. Es läuft optimal. Es läuft optimal. Ich bin fast immer 10 anstatt 1 wie Heveline. Und ab in die Pampa. Oh ja, komm Jungs! Können wir den Gegenstand beholen. Neuigkeiten? Das gibt Kohle! Hey! Ein Bolzen hat es gegeben! Wie geil ist das denn? Ich stehe da noch jemand da oben. Eine Mata ist oben. Hört mal! Ich nehme es jetzt nochmal. Dann, dann, dann! Wo ist denn? Das ist einfach geil mit dem Seil. Ne! Lass dich fallen! Ne, doch ich jetzt ehrlich gesagt nicht so hoch. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Warte mal zu, was geht das? Es geht 18 runter. Ehm... Nein, ehrlich gesagt habe ich jetzt im Moment nicht Bock gehabt. Spät auf jeden Fall. Sprungfelder-Check. Schwung... Zumal hundred time. Nicht zuPAs nehmen! In der ersten Verdict hochgedacht. Ich wollte zuaroom sein. Nach Holzgerne pick. Ich beziele ich auch einen von diesem Ich-ZuKeroe ab. Ich nicht so weiter, wer ist das? Im Dank dect. Oh, 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 oh. Kann man Gegenstand beholen? Oh ja, 30 Metall, das ist... Hey, cool! Die Kids, die lohnen sich langsam aber sicher. Die sind wirklich cool. Eine Schlampe. Ben! Echt! Es stöne schon verhärend. Aber eben. C'est la vie. La vie est dure, comme la confiture. Les femmes so chères, et les costs so faciles à faire. Ha, 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 ha. Ja, ich könnte es auch mal auf Französisch machen, das Let's Play. Aber warum nicht? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber machen wir nicht. Ah, halt, 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 halt. Das ist ja ein freundliches Gebiet, oder so wie es aussieht. Oh, da ist einer in Not. Da ist jemand in Not. Da ist jemand in Not. Da ist jemand in Not. Nein, 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 nein. Na, ja, du bist doch eh. Spacko. Schutzboot. Hey, wo ist die Dreckliste? Bin ich blind? Bin ich blind? Ich bin blind. Ach so. Sollte einer sagen. So. Komm. Nein, nein. 30 mit Alfa mit Alfa. Sehr schön. Schon wieder jemand in Not. Nein, nein, nein. Einfach nur mal nach oben. Einfach nur mal nach oben. Mehr nicht. Mehr ist nicht. Oh, scheiß Kullerei. Wenn ich dich erwische, müssen du! Oh je! Yes! Ich bin so schnell nicht wieder. Nein, die stürzt so schnell. Ich bin so schnell nicht wieder. Nein, die stürzt so schnell. Ja, was bist denn du für eine schönes Röstli? Hallo. Hallo. Oh, Christen. Ja, ich muss unbedingt Geld sammeln. Und sie kommen hier mal schnell ein wenig auf Christen los im Moment. Oh. Ähm. Dort ist sie. Sehr schön. Sehr schön. Was hat es zu bedeuten? Oh, das hat zu bedeuten... Dass ich dich umbringe! Das hat es zu bedeuten. Josephine Fletcher und Francis Fletcher aufspüren. Ein Doppelattentat auf die Ziele verbieten. Was sagen wir am Ende? Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Hä? What? Und wem dient ihr? Dem Großmeister. Wack. Schotter Wack, ey. Oh, hier haben wir noch 2 Giftteam. Äh. Komm mal. Mehr was ja möglerst. Unentretten. Nee, kommt doch da oben. Das ist zu weit weg. Unser Plan entwickelt sich ganz famos, meine liebe Josephine. Scheiße, jetzt schickt er ab. So. Ah, nun führe sich schon erfüllt. Das Ziel eigentlich schon erfüllt. Ja, also, wahrscheinlich hätte ich sie selber umbringen. Also, das heisst... Nein, wo gehst du an? Meine Fresse, mein Kleine. Ja, haben wir es nicht da werfüllt. Wir hätten sie von 15 umbringen. Ja, ist egal. Tot ist tot. Ich hoffe, Tritza bringt kein Umbruch. Headshot. Headshot. Hehehehehe. Wollen wir doch schon da sind. Wollen wir doch schon da sind, halt. Ich. Ich bin es. Ich bin nicht zufrieden, Ich wusste, dass es keine Herausforderung wird. Hump hump hump. Ballon. Blündern bringt immer etwas Wurfmesser, vielleicht einmal eine Bolze und hier hat es noch eine Piste. Und was hat es noch alles rum? Da ist noch eine Kiste, da ist auch noch eine. Das ist nichts. Kiste mal raus. Komm. Woher? Aus dem Gebiet fliehen, also holen wir da. Templerjagd abgeschlossen, Doppelattentat, ja gut. Hätten wir von Fäustzetten machen, aber ist egal, weg ist weg. Kamerafüllen, sie habe uns nicht entdeckt. So, Dankeschön. Und wieder ein Gebiet frei. Also ein Teil vom Ganzen. Oh ja, da verschlossene Kiste. Jetzt nehmen wir zuerst die da. Das machen wir jetzt noch schnell. Ja, es läuft, es läuft, es läuft. Ja. Wo ist die da? Die ist sicher da drinnen. Komm. Äh. Bete, 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 bete. Fang doch gerade rein. Ach du Scheisse, was ist denn da oben? Geh du. Fuck. Oh lauter, das ist sehr gut. Sehr wein. Können wir da hoch. Näh. Oh du bist doch äh. Komm einfach noch mal nüsen Meiterli. Einfach noch mal nüsen. Nein, komm runter. Ab, 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 ab. Hm. So, wo ist die andere die Kiste? Äh, die ist ganz oben. Neh meine Zahl. Scheiss die Wand an. Fuck, wo ist die Kiste? Äh. Was nicht? Was ist die Ehe? Was ist die Ehe? Was ist die Ehe? Was ist die Ehe? Ähm. Was ist die Ehe? Was ist die Ehe? Jetzt ist das Tier entstalt, hey. Es ist hier mal ein bisschen. Ja, was ist das? Seht es dir aus? Was ist das? Wo ist dieser Ehe? Alle Eingang, das ist nicht der, wo ich mit der scheisse Eingang bin. Nein, nein, ich weh! Ah, gut, du bist abgerutscht, jetzt schnullis. Ich hoffe, jawoll, jetzt haben wir's. Geht da. 64 Metall, 20 Telefonien. Ah, halt, 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 halt. Schnau, 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 schnau. Jetzt können wir dort noch helfen, vielleicht können wir noch helfen. Hey, komm dort! Ach, du blöde Dreckssäude. Oh, das bist du aber tot. Ja, ja, einer weniger, zwei weniger. Voll drotteln, ja, die. Zivilisten, glaube ich, nachsehen. Dreckssäude. Okay, wenden. Jetzt kommen wir dort schnell. Ah, hey! Äh, dann können wir schnell, äh, unser Vora aufstocken. Einstocken. Dann können wir noch der Tegolite machen. Ach Gott, ach Gott. Lasst einfach los. Ja, hallo. Oh, acht Riesen haben wir. Sehr schön. Kann ich polzen? Ja, sehr schön. Wunderbar. Jawohl, machen wir. Den Boten heimlich töten. Drecksack, du Spacko, du machen Abgang. So, voila. So, voila. Komm, machen wir noch ein paar Klacks. Äh, jetzt machen wir... Ah ja, die Fische wollte ich noch. Ja, die Fische. Machen wir doch einfach schnell. Äh, einfach nicht mehr. Dann spüren sie noch einmal. Wiem, wiem, wiem. Wiem, wiem, wiem! Irgendwo ist da eine Kiste. Hallo? Hallo, Küchtle. Ich wollte sagen, ich habe viele gelte Bisse. So, mach mal auf. Was haben wir da schon? Oh, einzigartiges Gift. Hier, aber wie coole Schloss denn? Können wir da unten hüsen? Oder ist das eben mal nicht möglich? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ähm... Ähm... Minderabgeweif? Dann wollen wir gleich hier weitermachen. Also, dann machen wir da schnell ein Bräuschen und äh... Dann machen wir das wieder und wir können das mit der Ecke da unten noch verreinräumen. Ähm... Dann sage ich mal danke fürs Zulagen und bis zum nächsten Mal. Tschau.